Musik Oh, ich möchte dich küssen. Oh nein, aber ich muss einen Brief schreiben. Weil ich habe jemand gegessen, der sagt, dass wir den Damen müssen, wenn man einen Brief schreiben. Oh nein, aber ich kann nicht schreiben. Kannst du mir einen Brief schreiben, bitte? Ja, klar. Ja, liebste Freunde, wollen Sie mit mir zusammen spielen, bellen und fangen? Denn ich habe auch Knochen. Total lecker. Grüß, liebe. Nein, klar nicht. Hallo, kannst du mir einen Brief schreiben? Ja, liebste Freunde, wollen Sie mit mir zusammen spielen? Nein, ich habe das nicht geschrieben. Kannst du einen Brief schreiben? Na klar, liebste Freundin, wollen Sie mit mir zusammen spielen? Dann, ich habe auch Milch, total lecker. Hochs, liebe. Aber nein, da hat er doch nie geschrieben. Kannst du einen Brief schreiben? Kannst du einen Brief schreiben? Nein, ich habe auch meine Fische, total lecker. Grüß, liebe. Nein! Nein! Liebe Freunde, ich habe ein Brief von Krokodil. Wolle, ich habe... Liebste Freundin, wollen Sie mit mir jagen? Ich habe auch Fleisch, total lecker. Grüß, Löwe.